. . . . . . . . . Ich könnte mit dem Miles Davis zitieren, die über Jazz einmal gesagt haben, dass Jazz nicht ein Stil ist oder ein Rhythmus, sondern dass es einfach der Spirit ist von Improvisation, Kommunikation, Innovation und Self-Expression, wie er sagt, as it relates to the time we live in, also in Bezug auf der Zeit, in der wir leben. Und Nerv ist eine Plattform, die mir die Möglichkeit gibt, genau diese Sachen zu machen. . Das meiste, was heutzutage läuft, und alles, was in der Popmusik läuft, nur noch ein Echo aus dem 20. Jahrhundert. Das heisst, mit anderem Wort, wenn wir jetzt mal vergleichen, zwischen Elvis Presley Jailhouse Rock und Jimi Hendrix Purple Haze, sind genau 10 Jahre vergangen. Wenn wir von heute zurückdenken, 10 Jahre, oder sogar 20 Jahre, muss man sagen, wir hatten praktisch null Entwicklung, nur noch Recycling, nur noch ästhetische Auseinandersetzungen, aber Innovation ist praktisch nichts mehr gelaufen. Nerv ist die Möglichkeit für mich, nicht mehr im 20. Jahrhundert verankert zu sein, sondern in der Gegenwart. Das ist total wichtig. Irgendwann muss das 21. Jahrhundert kulturell in der Musik anfangen. Und diese Ausdurchsform im 21. Jahrhundert wird entstanden. Und die muss nicht so tönen, wie das, was ich mache. Es geht nur um die Idee, neu damit anzufangen. Mit Nerv kann ich auf eine Art ein Lieblingszitat ausdrücken von Gustav Mahler. Er sagte, man sollte die Äste nicht anbetten, sondern das Feuer weiterreichen. ist die Anbetten. Und das ist die Anbetten. Und das ist die Anbetten. Ich bin mit der Anbetten.